Wenn du Motivation brauchst, stell dir vor, was die Five-Ten-Bosse machen, wenn wir nicht zahlen. Weißt du, unsere Köpfe, ein Topf, Formaldehyd, volles Programm. Alter, das ist wirklich motivierend. Die Kerle sind Adrenalin-Junkies. Ein Haufen Idioten mit mehr Geld als können. Es sollte dir nicht schwerfallen, sie komplett auszunehmen. Da reden wir nochmal drüber.